Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Assert unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Chief of the Guard präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg nur keine Hektik und für diesen müssen wir die Champions des Lichts in der Schlacht von Tassaralor auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem wir von jedem Kreuzfahrer, von jeder Jüngeren und vom Champion des Lichts drei Schmuckstücke gestohlen haben. Ja, wie funktioniert das jetzt genau? Wir brauchen nämlich als erstes einmal einen Debuff und zwar muss sich den jeder Spieler aus dem Raid einmal besorgen. Und dazu quatschen wir als Hordler hier mit diesem kleinen Haufen und kriegen dann diesen Janni-Debuff, der sieht genauso aus wie das Symbol quasi vom Mechiefen. Den sollte jeder haben, klickt am besten einfach euren Raid auch durch und schaut, ob den jeder hat. Hier ist übrigens nochmal der Allianz-Spot. Ich spiele ja nur Horde im Moment im Raid und dementsprechend da einmal den Spot als Allianzler auch eingeblendet, dass ihr seht, wo ihr hin müsst. Ja, jetzt starten wir den Bosskampf ganz normal. Damagen eigentlich bloß großartig auf dem Boss, weil die Ads, die brauchen wir noch. Die drei Ads, die wir beklauen müssen, sind quasi die Jüngerinnen. Da haben wir zwei von da und dann haben wir einen Kreuzfahrer, der hier steht. Und ja, der Champion des Lichts ist der Boss, ja, wenn ihr euch da ein bisschen gerätselt habt. Von den Mobs brauchen wir jeweils drei Schmuckstücke. Ihr könnt die Ads theoretisch auch töten, ja, es spawnen neue. Ihr seht, hier unten haben wir gerade Dinos, die auch Spielernamen haben. Es ist nämlich so, nach ein paar Sekunden, wenn die Leute hier diesen Janni-Debuff haben, werden sie in einen Dino verwandelt, haben dann einen Extra-Button, gehen dann an den Mob hin. Ihr seht gerade hier ganz schön an Sternen haben wir als ersten Mob-Dings, quasi plündern den mit dem Extra-Button und laufen dann zum Haufen zurück. Man hat nur ein kleines Zeitfenster. Also es ist hier nicht so, dass man ewig Zeit hat mit dem Dino. Wenn ihr verwandelt werdet, macht euch am besten am Anfang aus, welchen ihr als erstes beklaut. Beklaut ihn und dann bringt sofort das Schmuckstück zurück. Dann, nach ein paar Sekunden, werden die nächsten drei quasi wieder in so ein Dino verwandelt. Dann beklaut ihr das nächste Ziel und so weiter, bis ihr alle drei Arten einmal beklaut habt. Wenn ihr jetzt die Ads getötet habt, wartet ihr einfach auf die nächsten Ads, bis sie spawnen. Ihr müsst nicht jedes Ad beklauen, sondern nur von jeder Art quasi drei Schmuckstücke hüllen. Ich würde es euch empfehlen, dass ihr es macht wie wir. Wir haben angefangen als erstes den Kreuzfahrer zu beklauen. Die nächsten drei haben dann eine Jüngerin beklaut und am Schluss haben den Boss beklaut und dann haben wir ihn einfach umgeboxt. Mehr ist es nicht. Und ja, ihr seht, da ploppt das Achievement auf. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen. Solltet ihr noch Fragen haben, dann einfach unten in die Kommentare rein. Ja, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.